Hi Leute, ich mache heute mal ein Video, wie ich den Rückwärtssaito genährt habe. Ich zeige euch mal die einzelnen Schritte. Erstmal den Bobo-Matscher, die Arschbombe halt. Dann braucht ihr... Oh, bitte ab, den da. Dann braucht ihr noch, also fast den Rückwärtssaito halt. Und dann seid ihr bereit, wenn ihr jeden der einzelnen Schritte 50 Mal gemacht habt, dann seid ihr bereit für den Rückwärtssaito. Und den zeige ich euch jetzt mal. Und den stehen. Okay Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.